Ja, dass man da Kampf Mann gegen Mann fahren kann. Ich habe beim Rallye-Groß begonnen und setze das jetzt auf der Rundstrecke fort. Ja, für mich war das die Veranstaltung in Greinbach. 2013 Rallye-Groß Europameisterschaft mit Peter Solberg natürlich. Ja, volles Haus, Rallye-Groß, Buhr, Emotionen-Buhr. Und ja, von dem träume ich heute noch. Ja, das war ganz einfach. Ich war in Wien Bauleiter, als Bauleiter tätig. Da ist der Herr Günther Spindler zu mir auf die Baustelle gekommen mit einem grünen Porsche und hat mich zu einem Rallye-Groß nach Fugler eingeladen. Dort hat er mir den Herrn Martinskanke vorgestellt und dann war es geschehen um mich. Das war's. Ja, ich bin der Erich Petrakowitsch, komme aus Großpetersdorf, Burgenland. Wir haben eine Rennstrecke in Greinbach und machen Motorsport. Ich persönlich mache Motorsport als Hauptberuf. Jahrgang 1958. Mit 18 Jahren. 18 Jahre, ja, habe ich begonnen mit Autogross und so weiter. Rallye-Groß, Rundstrecke. Ja, natürlich. Im gesetzteren Alter sucht man sich das passende Fahrzeug, also ein historisches. Und das macht natürlich auch Spaß. Richtig, das ist an sich mein Ausgleich zu meinem Beruf. Ja, wird das gleiche sein. Na, an sich habe ich meine Ziele alle erreicht. Ich fahre im Histocup, um mich zu entspannen, um einen Ausgleich zu meinem Beruf zu haben. Eine Racing Family. Ja, je nachdem wer Zeit hat, sind sie auch dabei. Genauso wie ich sie unterstütze, unterstützen sie mich auch. Danke auch, vielen Dank. Alles klar. Spaß, danke dir. Danke, danke dir.